in knapp tausend kills in knapp tausend kills wasser doch ich muss sie heute noch rendern ja dann ich glaube ein paar wurde so geschaut weg what the fuck was ist denn deinem Akkonten los also in der, in der Akkonten der A-Punkt das ist äh das wird uns neuer Spruch alter ohne Witz bis ins Einführen ich glaub ich war der Empire PUSH so was machen wir jetzt machen wir noch eine Folge eine machen wir noch und dann gehe ich duschen ne du nicht du gehst kacken alter du nicht nein das heißt beim Duschen oh nicht geh kotzen ich geh kotzen weil da einfach alles scheiße ist weil wir einfach nur Schande übers Empire gebracht haben die ja Drei Klau vor der Empire und der ist so zurück den brauchen wir in unserem Team ne ich glaub den brauchst du nicht in deinem Team weil das ist nicht deutsch ja und wir haben auch ein Herz für Tiere also der schreit halt der schreit halt immer am Anfang der Operation der Klau vor der Empire eben wenn wir verlieren hat eben Schande vor der Empire es waren da weit Tarnflasch hin und wollen den Dinger überfahren, die Max bei mir fährt grad hochgradig ein Lightning neben mir vorbei warum hast du jetzt verlegt? 1000 MS, geil ja, ich bin noch eher, weil es einfach keinen Sinn macht und Sven fliegt in der Luft rum und ich bin immer auf der Map, ob ich auch nicht verlegt probieren gehen wir, wir haben keinen neuen Wegpunkt das ist halt die Warno Base verloren in der Combine Array ja, habe ich gerade gesehen, aber wir haben keinen neuen Wegpunkt, deswegen muss ich hierbleiben ja mit 96 plus gegen haben wir jetzt ohne, es heißt Alatom Biolabor an na gut, die Terraner haben den Vanus wieder was weggenommen, das bedeutet, wir sind wieder Führung äh, wir brauchen, äh, Briggs Laboratories braucht keine Verstärkung doch, braucht es ganz sicher nicht, weil unsere Leute nämlich fast achtmal so viele sind wie die Gegner willst du nicht rechnen, das ist glaube ich mal viermal ja, jetzt darf ich es viermal gerade war es noch ein 96 zu irgendwas ja, scheiße, jetzt kann ich nicht zu Tia Lois spawnen ja, Execution komme ich auch nicht hin ich komme nirgendwo hin ach, wie schön denn jetzt, scheiße ja, wir müssen den Holding Pass wieder weg pushen zu NS Materials auch ja, dann hole ich mir da ach, sie hat es müssen ah, die kommen wieder, sie kommen wieder von der Materials ich komme jetzt mit dem Flugzeug ich probiere mal den Club nochmal weiß, ich hole mir auch eins ja, komm ja, okay, jetzt ist der Wettstreit, wer bleibt länger in der Luft verliere ich locker nein, ich starte jetzt nicht tot ja, du bist eben im Himmel ja cool gegen Markus würde ich noch gewinnen ja so heißen es doch auch nicht, deswegen ich kriegen könnte es ach gut, ich habe mir immer auf dich gewartet ich bin in eine Warteposition gegangen ja, ich bin da bist du echt schon da? ja irgendwas greifen wir jetzt an? ich bin schon halber tot oh ne scheiße ich könnte dem Berg an greifen tot der ist echt so schlecht, das ist unglaublich hä? der Katze sterben, alter auch ganz einfach, wenn du von den Geschützt-Turns gestragen musst ich bin geradeaus auf ein paar gegnerische Panzer zugeflogen nein, das war ein Dreh von Dreh ich habe es mit Raketen ja, direkt dahinter waren mehrere Panzer ach so, ja, die könnten mich getötet haben mitunter auch ja, und Lock-Ons stehen da oben auch ungefähr 10 Stück die hängen mich nicht, ich habe keinen Lock-Ons ich habe ein... das Lenk geschützt was, du hattest keinen Lock-Ons? ich hatte einen Lock-Ons auch für eine Artur-Botali-Flügel und da, 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 das auf und post post heute war das wird wahrscheinlich alles zu ficken ach komm, das ist doch scheiße ja ja Banus halt Apropos, da steht in Sandi da steht in Sandi geile Beschreibung, danke ich habe markiert, Sandri da hinten ist ein Terraner den habe ich halt gut eingeschenkt ist die Beschreibung gut? ja ich habe einen getötet das ist sehr gut ein Toff ne, sorry ich weiß nicht, wo er umgefallen ist direkt vor mir das ist Glück gehabt eigentlich, dass er umgefallen ist ich habe hier schon wieder eine Moskito, der ich gut einschenke scheiße so, die kriegt jetzt eine Lock-Ons und dann ist sie ziemlich an fire und dann hole ich sie mir da kommt einer hochgeflogen das ist ja ganz behindert yes, du hast sie vom Himmel geholt Bitches das war ein geiler Move endlich noch was gerissen hier dann hat er geschrieben we need to defend hold we can't let tear get it stopped in the Republic freedom freedom ja was haben wir denn zwei zwei Kills, ja gut, das passt ich bin schon besser als letztes Mal in der Aufnahme auf jeden Fall aber ich weiß, jetzt mache ich mal was für Dark dass Dark sich noch ein bisschen aufregen kann ja jetzt ein bisschen natürlich die letzten fünf Minuten werden jetzt gesniped da rufen ja da kriegt sie immer so schön auf ja da kriegt sie immer so schön auf und jetzt habe ich noch ein Lightning weggeschossen und der Typ unter denen als ich sie gerade ab ich bin vielleicht immer noch in der Luftfutter ne? ja wohl kann fragen, bist du noch? fliegst du noch? ja ich flieg noch, ich habe schon eine Mossi weg geholt ein Lightning und ein Flash jetzt raf ich gerade wieder den nächsten Lightning inzwischen werde ich gut mit dem Reaver aber ich bin eher so der Verstecker Reaver ich bin nicht so der Angriffsreaver und ich komme immer von hinten und raf ihn ich bräuchte eigentlich Ronnet-Raketen eigentlich aber zuerst muss ich mal meine Mechs serten bevor ich mir irgendwas anderes wiederholen darf sonst haut mich der Dark da hat der Dark was zu melden ich serte das was ich Bock habe Sniper ja ja das du Sniper sertest war mir klar du bist poliös Mensch weil weißt du du brauchst das halt und ich habe nicht gesertet und kann trotzdem Sniper spielen weißt du das ist halt so der Unterschied ich sehe aber cooler aus wenn du bessere Waffen hast und wenn ich die Waffenschauer vor ARAXIUM habe warum soll ich sie dann noch weiterspielen? ja als ob du deine ganzen Sniper Waffen aus ARAXIUM hast alter ich mach jetzt grad die Railcheck auf ARAXIUM im Netz in knapp 1000 Kills in knapp 1000 Kills wasser ja wasser ich bin der A4 Zyklon mehr also ich habe meine Zyklon inzwischen auch ARAXIUM und ich habe auch meine Blitzball Zyklon habe ich auch schon lange auf ARAXIUM so 15% Richtung ARAXIUM meine eigentliche er ist aber viel länger wie wir alte es so und du spielst auch die Zyklon schon viel länger wie wir ich habe die Zyklon mit Level 40 oder so angefangen erst aber jetzt bin ich in den Dock Scheiße weiterer Anomans ist das werde ich nicht überlegen hier ist nichts das werde ich jetzt wirklich nicht überlegen glaube ich die Zyklon die Zyklon hinter mir das ist doch asozial mit Niedler ja mit Niedler die Zyklon ist wurscht ich habe kreis Neiberduell angefangen bin einfach und nein er hat auch gemeinten wenn es auch noch weiter überlebt war es soll sich in der Luft und ja aber ich habe alle Hänge durchgehalten ja das war mir klar und ich habe noch einen Kill geklaut jemand anders das war auch sehr schön gerade jetzt errette ich hier noch den Generator dann wenn ich ein bisschen Punkte abziehe Sanitäter Meister Meister Sanitäter vielleicht noch mal Objektive und Unterstützung hier ein bisschen abgesahnt auch mal hier nö das möchte ein Kill brauchen Abschlussauszeichen habe ich bald nimm mal lang wieso ich verleg mich jetzt mal wieder nach oben hier zu holen und dann zieh ich mir wieder ein neues Flugzeug weil es läuft grad zu gut feindlich Sanitiert das ist so Boah ich hab mir den Lauf vor Kiss taucht zu hundert ich hab's mal wieder gar nichts mit deinem Sniper ne na nicht gerade wirklich viel ne weil irgendwie auf die was wie kann der mich sehen ich bin getarnt und ich werde getötet ja man kann Leute sehen wenn sie getarnt sind wenn man drauf achtet ja aber nicht so ich hock direkt im ach nö doch Cheater ah nein Ultraspieler Ultraspieler nennt man sowas also sowas wie du eigentlich und ich und er außer Markus meine Spieler Ultra das macht gespielt Ultra natürlich nicht Ultra nur weil der Internet Scheiße das heißt das nicht das eine Grafiker dernächst kann hier ganz kann also mein nächstes ist auf ficken ich bin der beste Spieler das ich hab's auch mal gewöhnt jetzt woher ich finde es geil das ist das das hier und hat also unten in holen Parfekt von Trinessen werden die Masse nicht ziemlich geil aber nicht muss ich er verfolgen ich einfach unten durch werde währenddessen geräppt und die ganzen verbündeten rappen die Mossys weg oh Weaver der ist gut den lade ich ein der ist gefällt mir der Typ oh Receiver eins und bein da heißt ich Receiver der Typ wurde nah und alle wiederbelebt ne mhm ja er ist gut feindlichen Spion gesichtet Rocket Spam oh schade ich hab ein bisschen zu niedrig gezielt sonst hätte der Spion jetzt gerade ein paar Raketen einstecken so und Feuer mein Mann weder eine Mossy muss die angewender doch die sind alle um auf den Bergen und den Mossys oh was ich bin kein einzigen von den Idioten die zieht mich die ganze Zeit mit Lenkraketen ab, das assoziale also ist auch ne Kunst eigentlich mit den Dinger aber ich schaff's nicht mehr politisch es ist keine Kunst wenn ich auf der Stelle stehe ist das echt keine Kunst mit Lenkraketen jemanden abzuschießen das hat mich halbwegs selber getötet mal wieder Achtung, nein oh ne nö die Nationsfeld für Abschirmungsding naah na geh das so für sie, hab ich mich schon wieder geholt Aller den geben mir einen Ausredner, der mich heute schon geholt hat. Gibt's hier einen Ausredner, den du siehst. Kannst dir einschreiben, was deutsches. Eben, du kannst bei uns im YouTube-Kanal vorbeigucken. Ja. Ihr ist noch wieder eine Walsi runtergeschossen. Der dich fickt. Ey, heute läuft's bei mir. Heute läuft echt bei mir. Was haben wir jetzt? Positiv! Jawoll, einsam! Und das in der letzten Sekunde der Aufnahme. Waaah, bin ich nicht geeinigt. Ah, Dark, die Muldi ist da, Alter. Weißt du, was wie geiler ist? Weißt du, was wie geiler ist, Futur? Hä? Ich hab grad endlich geschafft, um den Reaver meine Kist so weit zusammen zu ziehen, dass ich endlich die Prosse Medaille hier auf dem Reaver hab, obwohl ich eigentlich nicht gut ziele, sondern nur gut fliege. Glückwunsch! Weil ich hab heute jetzt schon drei Mossys untergeholt und ein paar Lightning gesprengt und... Und das obwohl ich eigentlich, also in der Luft bin ich halt positiv. Oh, oh. Ich verwundert mich gleich noch mehr. Denn lassen wir mal in Ruhe. Aber, bevor ich hier noch auf den Sack kriege, beende ich nämlich jetzt diese Folge und die Aufnahme. Die nächste Mossy gesprengt. Und wird jetzt auch dann offline gehen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Alter, frische. Update-Video kommt zwischendurch mal. Ah, gut, bis die Folge rauskommt, ist das Update-Video eigentlich schon durch. Von dem her hoffe ich doch zumindest was da hingekriegt haben. Ja, und noch den Inchi hinter dem Geschütz weggeholt. Headshot. Wollt ihr auch noch was sagen? Bei mir läuft! Gut. Und noch den... Oh, shit, das ist real. Ja, servus noch. Gut. Und, tschau. Servus noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. 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 Bye.